Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. 35 lange Jahre hat es gedauert, heute ist es offiziell verkündet worden. Die Formel 1 fährt ab nächstem Jahr in den Dünen der Niederlande. Liberty Media und der Streckenbetreiber haben das bestätigt. Aller Voraussicht nach soll der Monat Mai auserwählt werden, um dort den Grand Prix stattfinden zu lassen. Bis einschließlich 2022 wird in Zandvoort gefahren. An einigen Stellen der Rennstrecke wird noch modernisiert, um die Vier-Standards zu erfüllen. Zwischen 1952 und 1985 gastierte die Formel 1 schon mal in Holland. Einer der Gründe, weshalb der Grand Prix zustande kam, ist natürlich Max Verstappen. Seitdem er 2016 zu Red Bull kam, löst er bei den niederländischen Fans einen Mega-Hype aus, wie damals 1991 Michael Schumacher bei den Deutschen. Marketing-Boss Sean Breches meint, dass die Niederländer ein Rennen verdienen, gerade deshalb, weil sie bei jedem Rennen ein Meer aus Orange auslösen. Da man auf dem Dünenkurs so gut wie nicht überholen kann, werden einige Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel wird die Start-Ziellinie Richtung Kurve 1 Tarzan-Passage verschoben. Damit möchte man sicher gehen, dass alle 20 Fahrer von der Haupttribüne gut zu sehen sind. Kurve 2, die Gerlach-Kurve, soll wegen der Sicherheit breiter werden. Kurve 3, die Hugenholz-Kurve, wird wegen zu wenig Platz auf der Innenseite verbreitert, um mit mehr Geschwindigkeit in Kurve 6 Schäflag zu fahren. Die Hans-Ernst-Kurve, Kurve 11, soll im zweiten Teil etwas länger und breiter werden, um flüssiger um die Kurve zu kommen. Zum Schluss wird noch die Kurve 13, Ariel Lüyendijk, bearbeitet, damit die Fahrer dort Vollgas fahren, um denselben Effekt zu bekommen, wie in der letzten Kurve in Sao Paulo. Sie soll mit geöffneten DRS gefahren werden. Diese Bauarbeiten sollen im Sommer stattfinden. Hat euch das Video gefallen? Dann Daumen nach oben. Wollt ihr mehr Formel 1 Videos von mir sehen? Dann abonniert doch den Kanal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.